Meine Damen und Herren, willkommen zum heutigen CSGO Overwatch Wingman Realtor Edition. Ja, er hat gerade eben ganz komisch rumgewackelt, eine Sekunde bevor ich angemacht habe, also aufgenommen habe. Hat er so gezappelt, aber ich glaube, weil Molly kam und er so was und er Angst hatte. Ja, willkommen an alle, zum Glück, oder hoffentlich ist es jetzt durchgehend kein Spin-Bot. Hatte ich schon ein paar Mal, dass ich das Overwatch voll schön anfange und dann Sicht auf den Boden und dann kann man es eigentlich verwerfen. Guck mal, er spielt ganz schön hektisch und riecht die Gegner so richtig, uh, und da sitzen die Schüsse aber hart. Es wirkt fast wie vorgespult, ne, so schnell wie er vorgeht. Naja, ja, mir fehlen gerade ein bisschen die Worte, der gestrige Stream war richtig geil, wir haben Destiny 2 gespielt, hat richtig reingebockt. Der Supreme kam rein, habt ihr ja mitbekommen, nicht gestern, aber am Donnerstag kam im Matchmaking der Supreme rein. Für mich der höchste Matchmaking-Rank, den ich jemals hatte, ähm, Alter, ist er, sag mal, spul ich vor? Ne. Also, nicht nur die Art und Weise, wie er trifft, das ganze Spiel wirkt ultra schnell gerade, oder? Oder, kommt mir das nur so, so ist das eigentlich normal. Naja, ähm, war echt geile Sache gestern Abend. Leider ist das erste Spiel auf dem, auf dem Supreme direkt ein Lose gewesen, kein harter, ich glaube, wir haben 16-13 verloren, oder, was, 16-13? Ich glaube, 16-13, ähm, leider ein paar, ein paar Fehlerchen gemacht. Für den Winner hat es nicht gereicht, das war auf, auf Cash. Ganz schön schade Schokolade, aber was soll's, mal gucken, was noch so geht. Ich hab ja... Es sind gerade eben beide abgewandt. Was, was ist denn das hier, was ist denn das hier für ein vorgespultes, abgefucktes Spiel? Das sind wir echt zu schnell, was machen die denn? Wer macht denn, wer macht denn so eine Hektik? Das Video geht jetzt eine Minute, oder sowas? Ah! Scheiße. Äh, naja, ja, wir müssen jetzt gleich weg, von daher ist es gar nicht so tragisch, aber das ist echt etwas A-Kurz, etwas, etwas stark kurz. Worauf, was, was hab ich eben noch erzählt? Ähm, ja, ich hab ja, also bei Wingman bin ich ja auch wieder auf Supreme gefallen, hab aber letztens auf Steam das Foto gepostet, ne, mit Wingman und MM gerade Supreme und dass vielleicht irgendwann der Doppel-Global am Start ist und da hat auch jemand gemeint, den Triple-Global kannst du jetzt ja auch machen, weil man ja auch bei diesem, bei diesem Hans-Wurst-Modus, ihr wisst schon, äh, wo man, wo man mit den Fallschirmen runterkommt, jetzt ja auch Ränge hat oder seit, seit längerem schon Ränge hat, die man da erreichen kann. Mal schauen, mal schauen. Also, ähm, ich weiß nicht, ob der Global jetzt halt so einfach reinkommt, wie man sich es dann vielleicht erhofft, gerade im, im Solo-Queue. Werden wir es sehen, ich bin trotzdem gespannt. Ich, ich werde jetzt hier erstmal nichts drücken, ihr könnt natürlich gerne sagen, was ihr drückt. Ich drücke jetzt dann gleich, wenn das Video vorbei ist, äh, damit ihr so ein bisschen noch die, ähm, die Gedanken freischweifen lassen könnt, äh, was er wohl hatte und warum das so verschissend schnell war. Wenn ich auf der Map spiele, äh, T wie auch City, da bin ich eher nicht so fix. Also, da wird schon, äh, ne, man muss ja erstmal gucken, was abgeht. Außer du weißt, wo sie stehen, hm, um jetzt auf nichts hindeuten zu wollen, ne. Ja, soweit, so gut. Ähm, willkommen auch an alle Neuen. Ich hab gesehen, wir haben jetzt wieder 20, 30 Leute zugelegt. Ich weiß, dass ihr, glaube ich, jetzt überhaupt nicht mehr sehen könnt, äh, wie das Wachstum da ist, außer wenn wir eine Hunderter voll machen, ne. Man sieht immer nur auf Hunderter gerundet. Und da sieht es noch jemand genauer. Wir stehen jetzt gerade bei 10.235 oder sowas. Aber ich glaube, es steht einfach 10.200. Bis wir bei 250 oder 300 sind, dann macht's flipp und dann sind wir wieder auf dem nächsten Hunderter drauf, ne. Also, das ist, ähm, ist halt die neue Regelung von YouTube. Das haben sie sich, das fanden sie irgendwie toll. Vielleicht vermindert sich da irgendwelche Rechenleistung bei den Anzeigen für die User oder so. Keine Ahnung. Gut, Leute, haut rein. Wir sehen uns dann, äh, im morgigen Video. Da hab ich sicherlich ein bisschen mehr Zeit als heute. Äh, wir gehen das gleich mit der Familie essen oder zur Familie essen. Ähm, ja. Wenn es jetzt hier nichts geworden wäre, hätte ich heute Abend noch eins aufgenommen für heute. Aber das wäre erst nachts gekommen. Lieber jetzt eins und vielleicht heute Nacht dann noch eins. Mal gucken. Bis, äh, dann. Küsschen.